Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir reagieren heute auf die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines, Volume 12, Freunde. Und ich denke mal, ich werde dieses Video versuchen, so kurz wie möglich zu halten, weil ich denke, einfach so kurze Videos kommen zwischendurch einfach immer nice, weil man sich die immer zwischendurch einfach sehr gut geben kann, Freunde. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Video, ich hoffe, es wird genauso unterhaltsam wie die letzten Teile, Freunde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen, der Link dazu ist ganz oben in der Beschreibung. Dort werde ich in Zukunft Umfragen in meinen Storys posten, an denen ihr euch sehr gerne beteiligen könnt und so auch quasi den Content, der ihr in nächster Zeit auf dem Kanal folgen wird, mitbestimmt. Und ich würde sagen, genug geredet, wir gehen ins Video, Alter, let's go. Okay. Okay, ich bin mir auf jeden Fall sicher, Dardan wird ja auch vorkommen, okay, safe. Weil er hat ja sogar dieses Lied mit diesem Range Rover, mit einer Daytona, dies, das. Also safe, er wird hier gleich vorkommen, Alter. Es fängt auf jeden Fall geil an, wir machen weiter. Daytona Range Rover 90% die gesunden in meinem Range Rover Denn wir ticken wie eine Daytona Sie will es hinten in dem Range Rover Sie sind während ich die Ficke meine Daytona Schon vor der Daytona und vor dem Range Rover Ich füge Diamanten auf der Daytona Meine Tracks sind für den harten Weg wie ein Range Rover Ey, gefühlt hat jeder diese Line, ne, krass, Alter. Aber warum kommt ihr Dardan nicht vor? Er hatte diese Line doch auch, er hatte sogar den ganzen Titel mit dieser Line, Alter. Und wir gucken auf den Range Rover Und wir fragen sich, woher kommt die Daytona? Zeit ist Geld, Zeit ist Geld Daytona, Daytona Rolex am Handgelenk, Kugelhugel auf dein Range Rover Gibt Speed im Range Rover Ziel ist die 30 Riesen Daytona Ja, genau Genau die Line meinte ich, Alter. Sehr, sehr nice Und jetzt kommen wir hier zur Genetik, zur nächsten Line, Alter. Wir gucken Ich bin halb wie Meeresäuger und verstehe mich aufs Text Jetzt habt ihr mich an der Wacke Und die Max wird kacke Ich kann dein Wein nicht mehr hören, wenn du dein Business verkackt hast Darum verkleide ich mich als Schwanz und danach fick ich die Basta Ja, what the fuck, Alter. Was ist das für eine Line, Alter? Aber ich muss sagen, Jacuzza ist schon ein Kandidat Der ist schon oft bei diesen Formaten dabei Und da muss man schon sagen. Also seine Lines Schaffen es sehr oft in dieses Format, Alter. Wir machen weiter Alles ändert sich doch niemals Kapis Qualität Ja, aber das war ja Joe Cabra, Alter Ich hab noch 1000 Euro übrig, meine Tochter will einen Honk Auf einmal war sie weg, aber die Nacht war einfach zu perfekt Der Staatsfeind Angel Hart auf der Pirsch Dieser Junge fickt dich in den Arsch wie ein Hirsch Das war scheiße Was? Nochmal, Alter. Die Line hab ich gar nicht gecheckt, Alter. Was? Habe Sammlungen Habe Sammlungen Geh auf Versammlungen Organgeschäfte Habe Sammlungen Der, die Line ist komplett wack, Digga. Absoluter Müll Das war scheiße Okay, nice das Video, Alter. Geil Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen War vielleicht nicht so unterhaltsam wie die letzten Teile War aber trotzdem sehr, sehr nice, darauf zu reagieren Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Freunde Und ich hoffe natürlich, euch hat's auch gefallen Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo da Würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Haut rein Ciao, ciao Outro